Guan Yu ist zwar als Kriegsgott bekannt, doch einer hat ihn geslayed, Lu Meng. Und wenn man mich fragt, was ist die legendärste Schlacht von Lu Meng, dann würde ich sofort sagen, die Schlacht bei der Burg Fan. Er hat nicht nur Guan Yu geslayed, sondern ist halt auch danach an einer Krankheit gestorben. Und das werden wir heute angehen. Damit herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Gut, Burg Fan auf Seite der Wu-Armee. Wird auf jeden Fall interessant, Bu Ren Yu hier zu besiegen, ist definitiv nicht so einfach. Halt Bu Ren Yu's Wasserangriff auf Schloss Fan auf. Let's try this shit. Auf Chaos das Ganze. Ja. Spiel mal mit Lu Meng. Ist eben mein Lieblingscharakter von Wu und auch einer meiner absoluten Lieblingscharakter hier. Ich sag's ja immer wieder. Hier gefällt mir der Grünton irgendwie. Der harmoniert richtig mit dem Rot zusammen, finde ich. Aber das Outfit hat auch was. Beide extrem geil. Nur das Outfit gefällt mir nicht. Von Devil 4 ist auch nice. Der war Standard Outfit. Whatever. Okay. Seine Waffe, seine vierte Waffe ist der weiße Tiger. Dritte Waffe wäre der Tigerhaken. Zweite Waffe, große Gläfe. Und Standardverfolger gelegt hat. So. Ähm. Stromsattel. Feuerkugel. Dann gehen wir natürlich auf Range. Und bei Lu Meng. Das passt zu ihm am besten. Das ist eine gute Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine gute, gute Frage. Ginseng wäre eine Möglichkeit. Bräuchersattel wäre eine Möglichkeit. Hm. Schwierig. Ich bringe mal Sturmangriffen. Probieren wir das mal aus. So. Als Leibwichter wähle ich... Fang Lang. Fang Lang. Wo gehst du lang? Fang Lang. Wir gewinnen, wenn Guanyu getötet wird. Und wir verlieren, wenn Lu Meng oder Zau Ren stirbt. Die Burg ist schon bereits geflutet. Sondern nicht eben verhindere, dass die Burg geflutet wird. Die ist ja bereits geflutet. Ich glaube, wenn man auf der Seite der Wei-Armee kämpft, kann man das verhindern. Fang D verteilt natürlich hier. Äh. Der Übergang zur Burg. Lu Meng auf jeden Fall da. Verstellungstruppen der Wu sind direkt gekommen. Wir müssen das Schlimmste verhindern. Nämlich die Niederlage Waze. Luxunda als Unteroffizier. Zau Ren ist am Start mit Manchong, der auch komplett in die gefluten Burg ist. Fang D natürlich da erst bewacht. Yu Jin ist hier und Yang Ji. Komplett im Schwimmbad gefühlt. Bei Gegner war Guanyu mit Strateg Malian. Guan Ping. Sondern auch Tiefsohn mit Guan Su, unserem leiblichen Sohn. Guang Sing. Ebenfalls einer der Söhne von Guan Yu. Zhou Zhang, sein treuer Gefolgsmann. Lia Hua, der Ingenieur Schubst. Mifau Fushiren, die Verräter. Oh, die können wir wahrscheinlich jetzt auf unsere Seite ziehen. Guan Yu von Chu versucht Waze Schloss Fahnen vom Wasser aus anzugreifen. Unter diesen Umständen werden Schloss Fahnen und Jing an Guan Yu fallen. Wir müssen Wei helfen und Jing übergeben. Ansonsten werde ich mich übergeben. Kotz Tüten bereit halten. Los geht's. Was? What news, Lu Meng? I've withdrawn the troops, as you suggested. This should do it. His overconfidence will greet carelessness. While fighting the enemy, we can... Sir, is something wrong? ich war nicht umsonst gesagt denn er wusste ja bereits dass eine krankheit erkrankt ist die tönig für ihn enden wird dass wir nicht so stolz das luxon so gute strategie geworden ist seine fußstapfen treten wird ja ja alles bitte so geil aus ganz ehrlich ist richtig cool aus sagen was heute noch ist super gut also als die die zimmer das verteidigungslager ein gesagt so auf unserer seite zu ziehen war der musik super von wenn man die noch mal auf die seite bekommen ich glaube die muss man ein bisschen schwächen aufgabe das was angreifen einfach schwächen oder wir sind auch fast das war nicht zu viele unter und offizier sind es ja meine truppen von den personen alle überlaufen wo ging man die das fürhörbchen weggenommen müssen wir jetzt auf jeden fall verteidigen sind natürlich jetzt geschwächt durch unsere angriffe der preis ist heiß ja auf der seite der armee ist diese schlacht viel viel schwieriger hier ist die eigentlich relativ frei der ist da hinten ok der plan war erfolgreich sind übergelaufen jetzt um jeden preis verteidigen los geht's du meinst du meinst dass du den mächtigen enemy commander woher mich der commander ist wohl zu rennen na gut woher mich der commander von der ruhe being du bist doch fast tot oh mein vormon halb am weinen gefühlt Ah, die Stab-Attacke ist so super. Die hat er ja hier gehabt. Ah, eine Menge ist wieder nice in jedem Spiel. Lieber erst mit ihm zu spielen. Und dann musst du es auch so gut von Connected anpassen. Ja, die Tore da unten habe ich jetzt nicht eingenommen. Ich weiß nicht, ob das... Klaus... Die jetzt noch einzunehmen. Ich denke ja. Ich nehme die noch ein. So viel Zeit muss sein. Komm. Beine in der Hand nehmen. Wir haben Pferds. Wir sind relativ schnell unterwegs. Das war nicht Red Hair. Aber voll in Ordnung. Ja, normalerweise würde ich immer Schatten-Sattel nehmen. Oder Red Hair. Je nachdem. Aber im Let's Play finde ich Abwechslung halt am schönsten. Deswegen nehme ich mal andere Pferde. So in Wur-Offizierung passt. Meiner Meinung nach, dieses Pferd hier am besten. Aber ja. Das wäre schlechteste Pferde. Ich wundere, warum ich das übernehme. Und fahrt zur Hölle. Bitch. So. Damit haben wir in diese Burg eingenommen. Aber ich finde das so gut, ne. Mifan und Fushirei nehmen jetzt tatsächlich von hinten so ein bisschen die Schuhtrumen auseinander. Das Auseinandernehmen. Äh, wenn man das Auseinandernehmen kann. Ich weiß ja nicht. Das ist die große Hilfe, die stellen die glaube ich nicht da. Guck mal kurz, wie die Moral ist. Oh doch. Doch, doch. Die sind gut. Die Moral ist irgendwie bei drei oder so. Ich glaube, die Moral war nur niedrig. Wo die auf der Seite der Schuermäe waren. Jetzt da die übergelaufen sind, haben diese neue Motivation gefunden. Dann nehmen wir mal einen. Da habe ich nichts gesagt. Die sind tatsächlich sogar relativ nützlich. Nur sehr angeschlagen halt, ne. Na passt schon. Hä, habe ich nicht gerade... Wollte gerade sagen. Wollte gerade sagen. Der Traurwächter ist doch tot. Tag der offenen Tüder. Bam, bam. Gut. Was? Die Bases fallen to the enemy? What? Die Mad erwiert, ey. Oh mein Gott, ich bin das für ein Gegner. Das ist ja das Problem, ne. Weil die ihre Outfits jetzt nicht ändern. Als ob die sie auch jetzt umziehen, ne. So geschmeichelt sind sie nicht, dass sie rot werden. Das war ein guter Witz. Oh, hier ist ein Brunnen. Na, hast du dir was gewünscht? Den Wunschbrunnen. Bleu im Zink. Ah, du hast den sicheren Tod gewünscht. Ja, den kannst du dir bekommen. Der Wunsch sei dir erfüllt, mein Kumpel. Kommt sofort auf ein Silbertablett. Oh, ist das die End? Ich vermisse dies. One more for the glory of Voo. Hast du dir angemacht? Das war das für den Geilsten. Und bam. Und tschüss, man. Was? Stärkungsgruppen können wir noch bekommen? Sehen wir mal zu, was war die noch irgendwie sichern. Ich wollte sowieso da jetzt vor unten nochmal das Feld so ein bisschen aufräumen. Hey, sie sind an der Front. Sie sind an der Front. Sie sind an der Front. Und verteidigen jetzt natürlich auch noch die Buerkfarm. Besser geht's nicht. Lu Meng, Victory is ours. Wer sich freut. Lu Meng, altes Haus. Letzter Kraft versuchte hier noch zu gewinnen und so ein Ruh umzubringen. Krankheit zieht sich da ein bisschen runter, ne? Ha! Der legendäre Spruch. Here I am. Shu Wang. Oh, fucking yeah. Der einen Moral stert hier weniger. Oh, man. Scheiße. Ich will sie nicht gleich aber erst. Jetzt möchte ich hier erstmal ein bisschen aufräumen. Vor der Burg. Ich will hier die ohne Probleme zurückschlagen können. Tag der offenen Tür. Hier komm ich. Mal von Joe Tsang gesingt. Mit dem gerade gehittert oder hat's instant wieder geheilt. Was soll das denn? Nachschubslage halten. Was, ein Stress? Durch die Verstärkung des Truppen jetzt. Richtig. Richtig stressig jetzt. Mann. Ist da oben noch ein Offizier? Tatsächlich? Da ist noch ein Offizier. What? You what? All right. Kommt der her, kommt der her. Geht in die Feuerkugel. Danke, ihr Idioten. Und tschüss, Mann. Geht her. Weiß mir so nicht, warum hier ein Schuh-Tor ist, wenn das unser Gebiet ist. Weiß auch nicht, warum hier ein Schuh-Versorgungslager ist, wenn das unser Gebiet ist. Unser Territorium. Wird's halt das was ändern? Na, willst du mir sagen, dass ich zur Blei-Base kämpfen kann? Nee, er nicht. Mann, nervt doch nicht. Und, goodbye. Versorgungslager ist unser. So, Liahuah ist das genau. Der hat sich hier noch verschanzt. Moral ist einfach nicht mehr von Liahuah. Es sollte jetzt ein leichtes Spiel werden, den zu töten. Oh, das Verteidigungslager ist auch kaputt gegangen. Nice. Oh, oh. Oh, Mensch, ey. Du bist alt, glaub ich. Natürlich haben die Tore da unten wieder eingenommen. Na, eh, klar. Enemy officer defeated. Das sagt, ey. Kriegt doch auch cool. Ah, jetzt verteilen die sich, ne? Da geht er oben, ist wahrscheinlich gut. Und Liahuang geht da unten. So, Liahuang müssen. Jetzt ist es unser Turn. Denn mach auch was. Mann. Im Grunde genommen habe ich dieses, ja, alles alleine gemacht. Was ich bislang erreicht habe. Nein, die wollen das, was, ne, Versorgungslager ist das, glaube ich, ne? Die wollen das Versorgungslager hier einnehmen. Nee, 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 nee. Nur über meine Leiche. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ist heute nicht mehr im Sonderangebot. So. Oh. Nein, ich lasse euch gar nicht erst rein. Ich werde mich mal in das Versorgungslager vor innen sehen. Kommt hier nicht vorbei. Hier, voll Honks. Wow, ich will doch mal versorgen kommen, Witz. Du schön Big Mac, wenn die Chance hat, du ja, wieso. Ja, gibt's nicht. Wie nah jetzt? McDonalds geschlossen. Sorry. Den Corona-Virus geschlossen. Der steht ja wirklich hier bei mir. No joke. Auf unbestimmte Zeit geschlossen, oder? Deswegen dürfen die Schuh-Truppen auch nicht rein. Goodbye. Das war's mit Liou Feng. It's over. Oh, Meng Dark kommt auch noch nach unten. Wow. Was schafft mir diese Ehre? Wollt ihr ja gar nicht handeln. Der kommt zu mir. Was ein Service. Sehr, sehr gut. So macht er Spaß. Ihr habt's nicht anders gewollt. Ey, Verstärungstrumpen, der Wu. Zu Shanks gekommen. Wo schnell wir jetzt hier die Feuerkugel verschießen. Das ist so geil. Richtig cool, oder? Nur mit Musilzorn. Brother! Oh, noch mehr Verstärkung. Nicht gerade geil. Und ich glaube, Jink Faye war sehr, sehr mächtig hier. Der wurde aber auch von eigenen Leuten hier getötet. Beziehungsweise kurz nach der Schlacht eigentlich. Die sind dann auch zu früh übergelaufen und wir haben Jink Faye einfach überrumpelt. Dann kam die Schlacht voll hier liegen. Ihr kennt doch das da unten. Irgendwie um mich zu Thorn. Der Jink Faye jetzt da unten, oder was? Warum müssen wir beide jetzt besiegen? Da sind sich die Victory Conditions gechanged. Ne? Okay. Was war ich jetzt um Sohn wieder da unten hier, ne? In den Toren. Soll ich das Gammelpferd nehmen? Scheiße. Ja, abwechslungszahle nehme ich jetzt mal das Gammelpferd. Ja, Jink Faye hauert ab. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Sei es ihm gegönnt. Ich habe auch einen wichtigen Termin. Ein Date mit dem Torwächter. Der hier erneut aufgetaucht ist. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mifang und Fushirin. Fushirin. Mifang. Oh mein Gott. Sie werden von Guernyuu in Guernyuu gestampft. Das weiß ich. Sie werden es nicht überleben. Boah, sind die mutig. Ich habe echt keinen Bock auf Guernyuu mehr, oder? Die sich hier zusammenreißen. Gemeinsam nur einen Jungen bringen wollen, ne? Wir haben keine Chance. Jink Faye kommt auch noch von hinten. Ja, moin. Wo bist du wo eigentlich? Sag mal. Machen die Way-Offiziere überhaupt irgendwas? Nö. Die chillen da. Legen ihre Beine hoch. Machen eine Tee-Party. Wow. Ja, lass mir Gu einfach alles alleine machen. Toller Contract, sau-sau. Danke dafür. Lasst uns gemeinsam Gu und Yu besiegen. Das ist eine Bedrohung. Ich sehe schon. Das gemeinsam zieht sich Gu auf Wut. Oh, er ist mobilisierter. So eine ganze Einheit. Jetzt greift er an. Jetzt wird der Schlossfaden persönlich angreifen. Und natürlich auch persönlich einnehmen. Voll risky eigentlich. Oh shit, der hat eine Aura. Meine Line-Anpack D vorbeizukommen, wäre das schon eine Challenge, oder? Warum fährt es einfach so schön mobil? Das gefällt mir gerade. Das ist jetzt, bevor wir uns um Jank Fake kümmern, der wirklich eine große Bedrohung ist mit der Aura. Sollten wir erstmal tatsächlich diese ganzen schwachen Truppen besiegen. Funken sonst mal wieder dazwischen. Okay, der war meins. Wow, 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 wow. Das war nicht geil. Wow, warum macht es nicht die Kombot? Das wäre gut gewesen. Okay, du hast nicht alles gewollt. Wow, ist sehr stark. Wow, dieser Jank Fake, ey. Aber wir haben noch einen Musu-Zorn. Die Götter sind mir hold. Oh, was ein Jank Fake-Kampfer. Der will's wissen. Oh, wie widerlich. Richtig eklig. Okay, der Move sucked. Wir sind einfach blocken können. Wow, daraus habe ich jetzt gelernt. Den Move werde ich nie wieder benutzen. Muss ja lame spielen. Aber ich habe kein Problem jetzt. Komm, wir greifen hier an. It comes down to this. Boah, was ein Jank Fake-Kampf, oder? Oh, und der lebt, glaube ich, noch. Nein, jetzt stellen die Idioten sich davor. Hey, einfach mit dem Pfeil abgeknallt. Toter, voll bescheuert. Das wertvolle Gegenstand ist auch... Okay. Es ist nur noch Guanyu und der kämpft schon gegen Mifem und Fuschi-Rang. Oh mein Gott. Wo ist Marlion? Marlion gibt's auch noch. Existiert. Tss. Okay. Eieieiei, mit dem bisschen Leben noch Guanyu besiegen. Guanyu ist noch schwerer, tatsächlich. Na, Musuzorn noch hat. Aura plus Musuzorn. Ah, wie kriegst du schon. Somehow. Let's go. Let's fucking go. Did you think you could overcome this base? Komm her, Guash. Nice. What? Our base has fallen to the enemy? Und dein letzter Stützpunkt wird auch noch fallen, Guanyu. Ob du's willst oder nicht? Ich komme. Wäre cool, wenn man noch auf 500 Kills kämen. Nicht, weil mir der Killcount wichtig ist, sondern weil man Musuzorn dadurch bekommt. Ich denke, wenn wir die jetzt hier alle besiegen, dann haben wir 500. Tor hingenommen. Ah, hier kommen die Mutgegner. Das kriegen wir hin. Bam! Nur noch einer, einer ist keiner. Zack. Perfekt. Du bist wirklich ein gewaltiger Mann. Ah, wir müssen aber eben nicht leben, ne? Oh, was? Ist das Marlion? Tatsächlich. Was der denn hier? Will der das Tor direkt wieder zurück einnehmen oder was? Schön gewagt, mein Freund. Ist egal, ist doch was gegen Guemang. Bam, bam, bam! Left on, verfüllt. Oh nein, hier ist auch Musuzorn. Den werde ich jetzt nicht mehr nutzen, ne? Du fängst mich nicht ein, du blöd, Mann. Äh, officer defeated. Oh, wieder nix zum Heilen. Ich könnte mir vorstellen, wo wir noch Heilung finden. Versorgungslagern. Versorgungslagern. Das ist auf, denn nur 50 ist ein einziger Hit. Oh, die können auch was zu uns sagen. Chaos-Mode! Okay, dann muss ich ein bisschen defensiver spielen. Und Leben spielen. Ein Fehler, den sofortigen Turut bedeuten könnte. Defend yourself! Oder suffer death by my blade. Das war halt keine coolen, stylischen Samba, wie eben gegen Jing-Fei. Wir haben eine Chance, um das zu gewinnen. Guck mal, wo wir das sind gehen. Guck mal, wo wir das sind gehen. Nein, wie soll ich Fushi rennen? Boah! Wie eklig. Jetzt wollte ich die unbedingt verteidigen. Und dafür würde ich mich richtig abgemacht. Die sterben jetzt alle. Und nicht nur die. Soll ich auch. Ich sag's mit dem U-Kampf. Hier ist wirklich kein Joke. Doch, ich runne. Oh mein Gott. Jetzt hab ich nicht mehr mehr im Pferd, ne? Das wird ein Spaß, Leute. Nein, ich weiß, wo ich leben bekomme. We have no chance to win this. Und so weiter geht. Ich kann mir vorstellen, dass erstens beim Tor noch was sein könnte. Oder halt in der Versorgungslager. Da unten ist ein Versorgungslager vor uns. Da oben ist ein Versorgungslager. Was den Schuh einst gehörte. Vor der Burg fahren. Versorgung ein Leben bekommen. To be honest. Da soll man ein Leben bekommen. Ja, kriegen wir hier was. Something. Und das reicht mir sogar schon. Das reicht mir jetzt schon. Ich werde einfach jetzt keinen Fehler mehr machen. Ich werde einfach nur blocken. Goon U hat, glaub ich, keine Möglichkeit, die Defensive zu durchbrechen. Wenn ich mit den Feuerkugeln agieren. Das Problem sind die Verbündeten, to be honest. Bei 1 gegen 1 hätte ich kein Problem mehr zu sieben. Ja doch, wenn er Musuzorn benutzt. Aber jetzt mal ohne Musuzorn kein Problem. Und da die Verbündeten eben so ein bisschen ablenken. Ihn teilweise auch wegdrängen. Das ist halt schwierig für mich, da die richtigen Panneschüsse zu finden. Oh, ist das auch ein Versorgungslager? Tatsächlich. Hier ist es sogar 1. Hier können wir auch noch ein bisschen Energie finden. Hoffentlich nicht so viel Energie, dass wir in den gelben Bereich kommen. Gelben Bereich wäre nicht geil. An der Mehrheit der Goon U-Kampf schwierig. Das ist echt nichts, ne? Das liegt echt an Chaos. Oh mein Gott. Das ist echt nichts. Du musst du zwar wahrscheinlich nicht immer aktivieren, vielleicht gestorben. Los Goon U. Jetzt oder nie. Ich glaube, der heilt sich sogar noch mal. Du los. Jetzt ist nicht vom Mond, ey. Vom Mond eh nicht. Nein, ihr Idioten. Das meine ich halt. Das ist nicht so blöd. Ich könnte mir das so leicht versauen. Ich reiße dich zusammen. Sehr konzentriert. Oh, die Ecke ist böse. In den Ecken drehen, die sich manchmal in den Platz. Die Umgut hinein. Ich werde immer kämpfen für meine Brüder. Jetzt muss ich weggehen. Die Musu Zorn sollte ich respektieren. Die Musu Zorn sollte ihn nur respektieren. Die muss ich respektieren. Den können wir nicht challengen. Nur mit Musu. Aber ich glaube, das ist zu Ende, ne? Oh, Mifa. Oh, der macht's ja nichts mehr. Okay, und nun wird Kommod. Now is my time to shine. Aua. Guck mal, Drachenrüstung. Voll gut, ne? Hab ich gar nicht genutzt, ich Idiot. Die so selten nehme. Kannst halt jeden Move, der leckert, canceln. Schon ziemlich nützlich. Oh, Gouanyu. He's just a boy. Jung, he's just a boy. Boah, wie Xuxiang Niefang gerettet hat. Komm schon. Finish him. Hm, not yet. Ich glaube, Mie fängt den dauernd zu sterben. Ja. 50 Kills hat er schon. Mie fängt den dauernd zu sterben. Panzer wird glaube ich auch sterben. Oder? 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 Das war er hell auf a challenge. Schwierigkeitsgrad 2? Deine Skills are impressive. Though I have failed as a warrior, this is a glorious end. Farewell and thank you. Da haben wir die legendäre Szenegats. Allerdings fehlt der Tod von Lumeng. Hier haben die neueren Dines Royce-Talern besser thematisiert. Das war echt cool. Äh, ich glaube, die macht das gut. Gibt's besser. Ich brauche kein Schwein. Und du bist... Mo Gong. Die und ihren Armen, ey. Okay, Leute. Es gibt nur zwei Schlachten in der Wu-Story jetzt. Nämlich... Die Schlacht bei Burg bei Di. Und... Die Schlacht an Neuenburg-Kiffel. Dann sind wir schon durch. Mehr gibt es leider nicht. Tja. It is how it is. Das sind zwei richtig krasse Schlachten. Zwei richtig schwierige, lange Schlachten. Da können wir uns drauf freuen, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Ansonsten nehmen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und... Ciao. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.